Heute ist Samstag, jetzt steche ich mir wieder in den See, das Boot ist gepackt, alles andere auch, das kann losgehen. Ja, das ist schon hart, 4 Stunden lang, ohne Biss, keinerlei Fischanzeichen. Ich habe jetzt hier auch die riesige Hasenmatte drangehängt und hoffe doch immer noch auf einen Anbiss. Irgendwie... Wenn wir hier fast um Seekrank werden, ja. ... ... ... ... ... Es ist besser jetzt, wenn einer draufkommt. Es ist so gut, wenn einer draufkommt. Es ist besser, 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 wenn einer draufkommt.